so wir haben für den jahreswechsel so Päckchen bekommen ich meinte da ist was drin zum essen also bestimmt draußen habe ich gedacht aber das sind so also ich bin der beste ich bin der beste nicht hier nicht dass das hast du 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 okay das ist du auch du Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so cool. Und dann haben wir noch was. Was soll das sein? Ich habe gedacht eine Tröte oder so. Es ist so cool. Eine Harmonika. Ich will nicht richtig funktionieren. Guck mal. Wollen wir mal hier Luftschlangen? Ein Luftballon. Es ist so cool. Häää. 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 Hääää. Häää. Ah, hier ist noch eine. Die funktioniert aber nicht. Die Tröte tröte nicht. Die kann nur so machen. Und dann haben wir noch so eine Volante. Ja, genau, das trägt man dann so. Und das hier. Sieht auch viel schneller. Aber in dem Sinn habe ich nicht ganz kapiert. Ich habe gedacht, die sind traurig. Ohne, ohne Tröte gewesen. Das war's, mehr ist nicht drin. Die ist aber komisch, die Tröte. Nicht so. Gibt es, was keiner kapiert? Vielleicht einfach zum Aufraum. Woher. Woher. Du bist da. Woher. 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 ein paar am strand noch ein bisschen feuerwerk und einige bei uns ist auch was es ist noch das eingeschickt ja jetzt ist halt blöderweise sind die balken im Weg vielleicht so Happy New Year 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 Vielen Dank.